WIKI SPORTS WIKI SPORTS WIKI SPORTS WIKI SPORTS WIKI SPORTS WIKI SPORTS Mein Name ist Simon Ray, besser bekannt als Apparelli Der neueste Zugang bei Ich liebe Wikisports nicht nur als Fortnite Pro, sondern als Content Creator. Ich werde zwar auch Fortnite sehen von mir in Form von Viewing Partys, aber vor allem jede Menge, jeden Content. Das werden Festivalbesuche sein, Schlauchmuthfahrten, Zoobesuche, was auch immer, Wanderungen. Jede Menge Abwechslung ist garantiert. Wikisports hat mich sehr improvisiert aufgenommen. Die Einstellung, die sie haben zu ihren Spielen im November, gefällt mir total. Darum freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit und ich freue mich auf euren Support, den ihr mir bestimmt weiterhin geben werdet. Ich Frage aufatos, was ich euch dann? 8. 1. 10. 11. 10. Vielen Dank.